Dies ist die liebliche Insel der Yoshis. Der höchsten Geppel der Insel thront punklend ein mysteriöses Objekt namens Traumsonne. Diese Traumsonne, so heißt es, hat die Macht Wünsche wahr werden zu lassen. Eines schönen Tages. Hatten wir die erst letztens noch bekämpft? Ja. Eine Woche später fangen die direkt wieder an. Ja. Mein Gott. Was? Ne. Ich baue dann immer noch die gleichen Größe von sich. Aber egal. Ja. Ja. Sie waren gepasst. Oh, Onkel. Glückser. Als sie sich zu sich kamen, fanden sie sich in einem unbekannten Wald wieder. Oh je, die Arme ist ganz verloren. Oh nein. Die Traumjubäen sind weg. Oh nein. Die Traumjubäen sind weg. Oh nein. Die Traumjubäen sind weg. Die Traumjubäen sind ganz unglücklich aus. Oh shit. Die Traumjubäen sind zurückgebracht worden. Was denn sonst? Ja. Die anderen Geschichten passen auf die Traumjubäen auf. Hier wird nichts passieren. Abenteuer der jubelsuche kann beginnen. Panzer. Die Zeit. Die Zerstörung. Die Nackenschelle. Sie ist zurück. Jawohl. Ich muss den anderen. Oh. 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 das magnet okay okay auch wahrlose zerstörung wenn es doch immer ja wenn es das nicht bringt dann nutzt er noch nicht genug davon dann muss ich die auch noch umtragen das würde ich nicht tun hey grüder joshi wie geht es ihnen selbst aber ja ich habe eine klatsche ja ja da war es einfach ja ich wollte da ganz gegant rein schieben bitte nicht feiern nein bitte nicht nicht ins gesicht da ist ein schwieriger ganz hilfe ist ja gerade geflogen das kann geflogen vorsicht wir haben getroffen noch zu höhle und sagen wir haben controller vibriert meine auch das zu höhle der herr ja ja habe ich jetzt an dem pferd wir haben es den ablenken damit einer durchgehen kann ja da war halt das schnelle jetzt geht er dadurch ist ja 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 gruselig das ist kein Eisbär Nein! Nein! Was? Warum? Ich erlebe jetzt gerade ein Deja Vu Du auch? Ja Das ist Obelix Das ist Xelimo Obelix Warum schon wieder Obelix? Nein! 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 Noch mehr Ruhe Was? Was zur Hölle? Das wäre irgendwie so ein Glückskeks ausgebrochen Die Nase Wenn ich bitten darf Ich verstehe Oh! Xelimo Der Ball Oh! Wer ist Obelix? Was? Du hast ihn schon geworfen? Nein! Ich hatte ein Kingwing für Notfall Oh! Meine Augen! Er hat gefurzt! Oh! Der war ja nackt! Ja! Dann müssen wir zensieren! Das ist ein Juwel! Ah! Yes! Wir haben hier weh gefunden! Erstmal damit Beach Ball spielt? Wir haben uns gefunden! Hey! Jojo! Ich bin der rote Joshi Da kommt der Weg ist wieder Oh! 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 Das ist ein Eier! So! Komm her und sammle deinen Fame ein! Auch wenn der Fame nur an uns geht! Weil wir haben sie gefunden! Und du bringst sie nur zurück! Ich wünsch dir, ich könnte so viel essen, wie ich gerade kotzen möchte! Der Kugel wird hochmoderne Quallennetze! Berühren! Nicht berühren! Boah! Ich dachte, ich würde dadurch brauchen! Nein! Ja, du mach mal! Nein! Ja! Wie sagt ihr, was passiert? Wie ist das ein bisschen mein Junge? Was ist denn da und damit nicht? Was ist denn damit nicht? Ich bin erschöpft! Oh! Oh! Was ist denn da los? Oh! Oh! Das wollte ich jetzt übrigens nicht! Oh! Allerdings nichts! Oh! Oh! Schau mal nach, ob da was ist! Ich weiß! Irgendwie haben wir mal los, ey! Ich mag das Level! Ja, kann ich mir vorstellen! Weil du ständig getroffen bist! wenn er dich sieht dann lauf hat er sagt mir auf einmal für den slasher film da kann man neben neben sich reinkommen der oder niemals noch nicht er dreht da habe ich das recht nicht hat er kommt von ihm das geschenk das ist voll gruselig was soll das nintendo ich habe keine herzen ja jetzt taktische sterben wenn wir kommen von hinten noch taktische sterben ja ich auch danach das taktische sterben ja ich war geschlagen ja ich meine ich da war zu schnell waren und da kommt ja natürlich jetzt ausgegangen level wollen das ist voll gruselig der schon wieder hier irgendwo ein ausschalter wenn wir nicht der namen aus ja jetzt sind ich von da ja dann funktioniert ich habe keine Ahnung okay dann schon wieder Oh Okay So stressig Irgendwie Anfangen entspannen zu werden So wie jetzt Komm einfach mitlassen Nichts Wir müssen den Namen ausstellen Komm doch schon weg geht durch Willst du bitte auf die Klappe drücken Danke Aber Wir müssen noch mal auf die Klappe drücken Boah Was soll das? Licht an und Licht aus Wow So 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 Wo 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 das ist ein ausschalter da kam er noch im letzten moment war eine münze da ist es ja schon das war schnell megas komm ab und megas hat direkt alles mitgebracht Ja. Wie alt. Was? Ey. Was da passiert? Ja. Geht rein. Okay, gut. Okay. Are you ready? Wenn der mitzukommt, dann haben wir die kaputt. Jetzt! Ha! Was ist denn? Oh ja, Alter. Boom! Ja. Sehr gut. Wow. Das war da. Das war schmerzhaft. Ja. Aber wir haben ihn als Team erledigt. Ja, schießt gegen alle nach Hause. Hurra! Lege glücklich weiter. Yay! Danke fürs Spielen. Ah. Picture. Ein Big Picture. Das ist schön. Ja, schießt. Dreh uns mal so. Was ist das denn? Das ist doch denn. Ah. ASDUCTON! Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020